die Hallöchen und Herzlich Willkommen zu einer weiteren Session vom Witcher immer noch natürlich der erste Teil wir bleiben treu dran bis wir den durch haben statt nicht vorher schon mit dem dritten oder sogar mit dem zweiten der ja auch darüber umsteht der Grund nur kurz warum ich eigentlich den dritten Teil den ersten Teil vom Witcher spiele anstatt den dritten Teil ist einfach obwohl der schon zu Hause liegt ist einfach dass ich es ist ja möglich Spielstände vom zweiten in den dritten zu importieren und das bringt zwar nicht allzu viel habe ich mitbekommen also habe ich gehört aber ich denke mir einfach wenn ich schon die Möglichkeit habe den ersten Teil geschenkt bekommen habe den zweiten Teil geschenkt bekommen habe dachte ich mir ich habe mir den dritten Teil und wenn ich schon die beiden Teile auch noch habe spiele ich die einfach auch noch mal ganz einfach nur noch kurz zur Info für neue Zuschauer oder auch für alte Zuschauer die es vielleicht vergessen haben oder auch für mich einfach um das Video zu strecken um wie gesagt ich spiele jetzt die einfach durch da kann ich dann sonst kann ich den Speicherstand vom ersten Teil in der zweiten und hier habe somit auch Entscheidungen drin und kann dann den Speicher vom zweiten in den dritten importieren das wird so wahrscheinlich so ungefähr drei Jahre dauern bis wir dann endlich mit dem dritten Teil durch sind ähm ja weil der erste dauert jetzt schon fast drei vierten Jahr soweit ich das heute gesehen habe und der zweite naja gut wird wahrscheinlich auch nicht viel kürzer sein beziehungsweise der dritte auch nicht ähm ich versuche das aber dann ein bisschen zu beschleunigen die den zweiten Teil beziehungsweise auch den ersten jetzt noch kommt davon wie lange er noch läuft aber dazu später mehr gut wir haben in der letzten aufnahmesession ich weiß es nicht sehr sehr lange gespielt deswegen weiß ich auch nicht mehr was wir alles getan haben ähm ich hab grad gesehen ich hab schon über zwei Minuten fast äh kurze Info da gab es den Wehrwolf Vincent ja er ist ein Wehrwolf ähm wir haben versucht ihn zu retten das funktioniert aber mit dem Hemd aus 100 Petersilie nicht jetzt müssen wir natürlich noch irgendwas finden irgendwo habe ich noch als kurze Info irgendwo das das wir letztens glaube ich noch aber ich guck mal kurz schüttelst du bist ich muss aller ja genau der Heiler in Drüdenhain hat gesagt dass irgend dass man eine Trank brauchen kann da würde ich sagen schauen wir gleich doch als erstes schauen wir doch als erstes gleich mal zu Kalkstein der sich ja noch im Sumpf befindet Prozent weil der sollte eigentlich noch also der eigentlich so ein Trank brauchen können so zufrieden müssen wir auch noch so habe ich noch auch nur in der Quest gesehen den müssen wir wie irgendwas überreden ich glaube irgendwas was Leuwarden braucht aber übrigens ein schönes Schwert hier runterhängt ähm ja das hat mir irgendwann mal geholt ich weiß es nicht wegen dem Gegner mir das mitgenommen so jetzt ist nur die Frage Kalkstein Kalksteins Kalksteins Labor war da hinten das war es natürlich da das ist das Kalkstein Kalkstein Kiani ist übrigens noch für alle die sich ist böse auf uns die wir doch wahrscheinlich nicht mehr gut also nicht zu werden ach sie juckt gerade zum letzten Jahr gefangen und dann die Klinik also das kann ich unbedingt brauchen Schalke wird auf jeden Fall nicht mehr lieb zu uns sein das würde sich jetzt nicht sehr freundlich an deinem Keller so dann benutzen wir mal schnell den Teleporter in den Ton da können wir gleich mal Kalkstein befragen der wieder wahrscheinlich was gegen für den Trank haben ich meine das wäre der einzige Mist den wir fragen können ich habe zwar nicht immer keine Ahnung was Kalkstein hier eigentlich macht die ganze Zeit aber er scheint glücklich darüber zu sein und er legt ab und zu immer Geld rein das finde ich super da gibt es auch eine Ruhe haben wir sowas? ne haben wir nicht ne ich nehme es trotzdem mit schade dir nicht aber das kann ich mitnehmen kann ich später verwegen so hallo Kalkstein ja du müsstest mir helfen meinem Trank könnt ihr einen Trank herstellen der Lykanthropie heilt hm käme auf einen Versuch an der Trank ist für einen Wehrwolf der liebste einer jungen Maid normalerweise würde ich ablehnen aber ich schulde euch was mal sehen Zutaten da Geräte da kommt später wieder ja ich mach mal den Trick Nummer 1 in dem Game einfach aus die Tür raus und wieder rein zu latschen weil wenn der ja sowieso alles hat dann können wir das eigentlich sonst gehen wir in der Zwischenzeit einfach zu Siegfried weil andere Quests haben wir derweil nicht ich kann sie natürlich ich kann sie euch natürlich zeigen was wir haben aber ihr werdet dann selbst auch drauf kommen dass wir keine andere Quests haben so hallo Kalkstein wie sieht's aus wer hat sie den Trank das ging ja flott habt ihr den Lykanthropie Trank fertig ja aber sie muss ihn auf eigene Gefahr verabreichen nachdem sie eine ihrer Tränen hinzugefügt hat man braucht die Träne einer Jungfrau damit der Trank wirkt Moment von einer Jungfrau hattet ihr nichts gesagt ihr sprach von einer jungen Maid ich ging davon aus dass sie noch nicht verheiratet ist ach Kalkstein ihr müsst mal unter die Leute gehen wo soll ich bloß eine Jungfrau finden die Träne einer Jungfrau ist unverzichtbar es kann doch nicht so schwer sein eine zu finden dann würde ich mal sagen zurück in Kalkstein's Büro kurz kurz zu den Jungfrauen ja lass mich mal erinnern es ist Rittespor es gibt einen Haufen Modelle ähm da ist auf jeden Fall keine Jungfrau mehr dabei Rittespor ist in der Stadt und wir sind in der Stadt wir wissen dass Gerhard schon zahllose Liebschaften hat in dieser Stadt das heißt da ist auch ein bisschen rar mit den jungen Frauen wobei Rittespor wahrscheinlich noch ein bisschen mehr unterwegs ist weil der noch mehr Zeit hat als wir selbst so wir könnten einmal gucken ob die erst ob wir die erstbeste fragen können ne ich weiß nicht und du müsstest von der bestimmten holen weil ich wüsste keine ich wüsste niemanden die sieht so aus als wäre es auf jeden Fall jungfräulich das Verbrechen nimmt Überhand und die Stadtwache gab den Weibern hinterher das Verbrechen nimmt Überhand und die Stadtwache gab den Weibern hinterher das Verbrechen nimmt Überhand und die Stadtwache gab den Weibern hinterher ich probier es mal mit ein paar was gibt's was braucht ihr eine Träger einer Jungfrau ok antiquart haben wir für den was ne nicht wirklich Naja, schade. Stadt, wo die sieht aus, als wäre sie unfräulich. Ah, die dörnt sich nicht. Rosige Wangen, langes, lockiges Haar und Tee. Naja, wie Äpfel. Klingt wunderbar, Mütterchen. Oh ja, sie serviert Essen im Gasthaus. Ich mache mir Sorgen, weil sie jede nicht allein ins Dorf zurück muss. Doch sagt an, was wollt ihr von mir? Ähm, die kann man, die kann man was fragen. Interessant, hätt ich mal vorher machen sollen. Die, die Dame übrigens im Gasthaus, die hat mich schon dreimal gefragt, ob sie mit uns ins Bett gehen will. Sie hat jedes Mal geantwortet, nein. Naja, schade. Ist hier irgendwas passiert? Woher soll eine alte, taube Frau das wissen? Aber ich könnte euch Dinge erzählen. Tut das! Immer das alte Lied. Waldschratte pinkeln in die Milch. Nachts heulen die Wölfe. Fledermäuse beißen Mädchen. Das ist der Lauf der Dinge. Ah ja, das ist... Super! Warum so Wortkack heute, Großmütterchen? Ich hab zu viel geredet. Jetzt ist mein Hals etwas trocken. Hm, okay, ich hab leider nichts, was ich hier trinken kann. Warum so Wortkack heute, Großmütterchen? Ich hab zu viel... Ach, schade. Ich habe auch Durst. Aber erzählt mir von etwas anderem. Was? Sprecht lauter! Okay, das... Gebt auf euch acht. Ich muss aufbrechen. Gut, die Großmutter werden wir natürlich nicht vergessen. Kurz so als kleine Erinnerung, wir kennen... Ich wollte dir jetzt ein Wodka geben, den hat sie auch genommen, die... Ja, den hat sie sich einfach eingenäht hier. Ja, den hat sie sich einfach... Den italischen Kräuterwodka, der passt wahrscheinlich genau zu hier. Mein Mann duldet nicht, dass ich mit Fremden rede. Mein Mann duldet nicht, dass ich mit Fremden rede. Das ist doch alles so. Hallo. Letzten Monat wurde der Mann meiner Nachbarin verschlungen. Niemand unternimmt etwas gegen die Ungeheuer in der Stadt. Was haben wir denn da? Alter, was hat die für eine Stimme? Die Anderlinge sind für alles böse hier für alle... Gut, schauen wir mal ins Gasthaus. Da gibt's ja die nette Dame, die wird wahrscheinlich auch keine Jungfrau mehr sein, aber was soll ich machen. Ansonsten... Ein Kloster könnten wir nachschauen. Ein Kloster? Ja, die brauch ich nicht fragen. Es wäre ein Versuch wert, aber ich glaube nicht. Ich glaube, die führt uns... Das wäre aber eine coole Gesprächsoption, wenn das eingebaut wurde. Und dann lacht sie uns einfach aus, wenn wir sie fragen, dass... So, wo bist du, hübsche Lady? Hier ist sie ja. Habt ihr euch entschieden? Jo. Gehen wir nach hinten. War nur ein Scherz. Mein Mann würde mir den Kopf abreißen, wenn ich mit euch ginge. Vielleicht sollten wir es riskieren. Nein, kürzlich hat er mich so sehr verprügelt. Okay, das ging mir schon. Das ist echt schade. Das ist bis jetzt, glaube ich, eine der nettesten, auch abgesehen von Chani und Chris. Na gut, dann gucken wir einfach mal ins Kloster. Vielleicht ist Kloster ein guter Ort, wo man eine Jungfrau findet. Ansonsten wüsste ich wirklich niemanden, außer einfach hier mal durchgehend alle Leute ansprechen. Sehr interessant. Im Krankenhaus könnte ich... Also, das ist ja kein Kloster, aber im Krankenhaus könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass da die Damen ein bisschen... Ich kann zu sind. Hallo. Kann ich euch helfen? Vergib mir. Ich brauche die Träne einer Jungfrau, um einen Mann von einem Fluch zu heilen. Ein überraschender Vorschlag. Ich dachte, ihr könntet mir helfen. Es ist meine Berufung, anderen zu helfen. Und ihr habt die richtige Person gefunden. Ich werde eine Träne für euch vergießen. Danke. Jetzt kann das... Das... Ja, das... Ja. Also, damit habe ich jetzt... Nicht gerechnet. Dass das so schlecht geht, dass wir da ganz einfach so... Hey, wir gehen rein, nehmen die Erstbeste und die Jungfrau und... Wahnsinn. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So kam es wieder. Mal gucken, ob wir wieder nach Schlaf können. Ich werde mal kurz zu Siegfried gehen. Das auch, damit ich jetzt auch mal vorangeht. Ich würde halt schon gerne die Male Quest abschließen. Alter, streck dich nicht so. Ja? Ich hätte einen Trank für dich. Hier ist ein magischer Trank gegen Lykantropie. Er sollte helfen. Wie kann ich euch das nur vergelten? Sagt keinem, dass ich es umsonst getan habe. Ich habe einen Ruf zu verlieren. Ich werde Vincent diesen Trank geben. Ah, ja. Ich muss Carmen mal besuchen, um zu sehen, um dem Essen geweckt. Ja, das mit dem Trank... Ah, also... Ich werde mir noch schnell zu Siegfried gehen. Das mit dem... Das mit dem Ruf verlieren, das fand ich jetzt schon interessant. Weil es stimmt ja auch. Weil er macht grundsätzlich... Wenn man das jetzt mit den Büchern auch ein bisschen vergleicht... Und auch hier verlangt, für alles was. Für alles, was er macht. Aber gerade für die Carmen macht er alles umsonst. Da macht er wirklich alles umsonst. Das finde ich interessant. Und da könnt ihr natürlich einen Ruf verlieren. Wenn sie es sagt, hey, der hat das umsonst gemacht. Dann kommt der andere noch, hey, mach das umsonst. Bla, 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 bla. Sollte ich mein Schwert auspacken. Hallo? Geralt! Wie geht's dem Bein? Ach, bestens. War nur ein Kratzer. Alles in Ordnung. Ich bekomme einen Orden, weil ich das Eigentum einiger Stadtbewohner beschützt habe. Verstehe. Ihr kämet auch in Frage. Aber nur Ritter bekommen Orden. Es sei denn... Nein. Ich trete nicht bei. Ich könnte mit dem Keuschheitsgelübde nicht umgehen. Das verstehe ich. Hört mal. Der Großmeister selbst wird mir den Orden überreichen. Cool. Kennen wir schon. Ich wollte es schon noch mal kurz anschauen. Ich hätte da einen Vorschlag. Wollt ihr mir helfen, die Salamandra zu vernichten? Wie? Ich habe mächtige Freunde. Die wissen, wie man sie vernichten kann. Ist das irgendein politisches Komplott? Siegfried. Ihr habt mir auch bei der Bank vertraut. Na gut. Einzelheiten? Die Taverne Neunaracord. Kommt heute Abend dorthin. Ich werde da sein. Wartet auf unser Signal. Okay, ich sollte Friske und mir von dem Geheimtreff erzählen. Da hätten wir das auch erledigt. Ich rede mal mit Carmen. Vielleicht geht's schon, sonst schlafe ich einfach mal deine Nacht. Also ein Tag. Fast 24 Stunden wahrscheinlich wieder. Kann ich mit dem Typ eigentlich schon reden? Hallo? Braucht ihr... Keine Ahnung. Aber ganz schön nicht. Ich glaube auch langsam. Ich weiß nicht, dass ich nicht in den Kapitel wüsste ich nicht in den dritten. Ich glaube, es gibt es in den dritten. Ich glaube, es gibt es in den dritten. Ich glaube, es gibt es in den dritten. Mein Mann zählt jetzt noch. Nur mein Mann zählt jetzt noch. Das sieht ja auch nicht so aus, Baby. Verdammt. Das wäre eine Missgeburt. All die Fresse. Fetzack. So, einmal bis zum Morgengrauen schlafen. Das sind eins und die Stunden. Oh, wir waren verdammte drei Stunden wach, weil wir, bevor wir das Display beendet haben, haben wir auch geschlafen. Das heißt, wir waren jetzt genau drei Stunden. Da haben wir uns mal hingelegt. Aber das, was Gerhard alles macht, das geht schon. Jetzt müssen wir zu viel bis. Hallo? Wie sieht's aus? Hilft's? Ja? Hat der Trank gewirkt? Ach, Meister Hexer. Ich habe dafür gesorgt, dass Vincent ihn schluckt. Aber es ist nichts passiert. Wir finden eine andere Lösung. Ja? Oh. Es heißt, dass wahre Liebe Bestien in Menschen verwandelt. Ah, ja. Es heißt, dass wahre Liebe Bestien in Menschen verwandelt. Aber wir lieben uns doch. Regelmäßig. Liebe ist mehr als nur im Bett rumtollen. Ich weiß, dass Vincent mich nicht liebt. Manchmal, wenn er wütend wird, nennt er mich eine dreckige Hure. Carmen. Ich weiß, was ich bin. Aber für ihn wollte ich wie andere Mädchen werden. Verdammt, ich würde sogar sticken lernen. Ich glaube, das nennt man stricken. Aber ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Vielleicht ist das auch ein eigenes Wort. Aber ich glaube, es ist mein stricken. So, nun. Hexer sind schwerlich Experten in Liebesdingen. Es ist klar, dass Vincent Lykantrophie nicht euer größte Problem ist. Sagt ihm, dass ihr ihn liebt. Schildert, wie ihr ihn heilen wollt. Wenn er kein völliges Schwein ist, spricht er drauf an. Nun. Hexer sind schwerlich Experten in Liebesdingen. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt nehmen soll. Nun. Hexer sind schwerlich Experten in Liebesdingen. Ja? Ach, ja. Bleibt uns eigentlich keine andere Möglichkeit. Können wir hier spielen? Haben wir ja gleich schon, ne? Hör zu. Es ist klar, dass Vincent Lykantrophie nicht euer größtes Problem ist. Sagt ihm, dass ihr ihn liebt. Schildert, wie ihr ihn heilen wolltet. Wenn er kein völliges Schwein ist, spricht er darauf an. Er ist hin und her gerissen zwischen mir und seiner Arbeit. Er muss lernen, Prioritäten zu setzen. Hexer, bitte redet mit ihm. Er ist auf der Station. Na gut, ich muss alle Bekannten-Pethode dafür ausprobieren. Ich muss sicher sein. Ich muss die letzte Methode ausprobieren, weil er je bekam überhaupt nicht. Okay, dann. Kennen wir uns die Quest mal schnell, damit ich weiß, wo die Station eigentlich ist. Kann ich wieder nicht markieren. Jetzt kann ich die wieder suchen. Wer weiß, wo der ist, der kann ja überall sein. Station kann Krankenhaus sein, Station kann sein, Posten dahinten sein. Das kann das Versteck sein, in diesem abgesperrten Bereich, wo wir wahrscheinlich nicht mehr hinkommen. Also das kann alles sein. Alles. Vielleicht nur das mal durch den... Ja, da kann ich wieder klatschen. Okay, ich glaube, das habe ich... Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt schon mal probiert habe oder nicht, aber so ist immer wieder interessant. So, bitte lasst ihn hier sein. Ja, er ist hier. Wie schön. Speich mal. Und dann geht schon weiter. Vincent. Was genießt du da unten? Seid gegrüßt. Hi. Carmen bat mich, mit euch zu sprechen. Hexer-Detektiv und Hexer-Therapeut. Kurs gesagt, gefällt es Carmen nicht, dass ihr ein Wehrwolf seid. Was geht euch das an? Das liegt nicht in meiner Hand. Ich kann den Fluch von euch nehmen, aber ihr müsst es wollen. Wollt ihr euer Leben mit Carmen teilen? Hexer.